Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hab gefühlt was im Hals. Ich hab noch einen Cock im Hals. Ich lass das lieber. Wir gehen jetzt. Nach Niflheim. Nach Niflheim. Wo bin ich denn da gerade hingegangen? Ach, ich bin hier beim... Ich will doch eigentlich bloß einen Weg. Zurück. Ich hätte das Boot nehmen sollen. Hätte, glaub ich, mal in der Mail noch was gesagt. Ach nein, ich bin hier, wo der Drache war. Oh Gott. So, die töten bevor die sich heilen können. Die töten bevor die sich heilen können. Die hat sich geheult. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, egal. Dann gehe ich wieder zurück. Okay, I know I saw something. I saw it too. Rea did say the Jodunheim Realm Tower was missing from the way. But maybe only kinda? Very strange indeed. Hmm, ich war mir ja hier nur, ob ich wieder auch noch in Tiers Kammer rüberkomme. Where were we? Ah, yes. Odin was plotting the downfall of Starkath, the mighty eight-armed giant. And we'll pick this up later. Genau, das Unterpunkt, in dem wir gestoppt haben. Hmm, sieht mir so aus, als würde man da auch noch irgendwas hoch machen können. Aber das könnte einfach nur von dem Rad hier sein, wenn sich die Brücke dreht, ne? Und we'll pick this up later. Weltenkammer und so, ne? Jetzt gehen wir nach Niflheim, ist aber neu. Jetzt gehen wir nach Niflheim. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet, ne? Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet, ne? Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet, ne? Neue Wissensmarkierung gefunden. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet, was mich hier erwartet, was mich hier erwartet. Oh, ja. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet, was mich hier erwartet hat. Und sonst werden sie zum neuen Opfer der Werkstatt. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet, was mich hier erwartet? Das ist unglaublich. Atreus, focus. Das ist ein gefährliches Ort. Das ist Dwarven creativity für dich. Impressive und gefährlich. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet. Geht keine Ahnung... Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet. Geht keine Ahnung, was mich hier erwartet. Das muss sein, der Zentrum der Schamber sein. Ouch. Okay. Look out, brother! Watch out! 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 Tja! Die Feuerwappen sind ja auch mit dabei! Nebelaechos! 597. Für 500 kann ich ja den Schlüssel machen lassen. Oh! Das ist das Tankjost. Okay. Weil jedem Erfolg ein Ackstaffer. Ja. Kann ich sagen, das ist ein Schreck. Aber ich kann sie nicht machen. Ich kann sie in all diese Worte nutzen. Okay. Auf sieben. Okay, warum nicht? Was hat er jetzt gemacht? Hohe Bonusaktivierung auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Exekutionsspalter. So, dann machen wir den. Dann ist er jetzt auf jeden Fall bei sieben weiter oben. Er macht jetzt Blitz-Damage noch mit seiner Axt. Das würde ich jetzt eigentlich sehen. Hold on your right! Hold on your right! Weg, pipe! Weg, pipe! Weg, pipe! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, okay. Wenn ich Tore öffne, kriege ich mehr. Oh, oh. Ich denke nicht. Oh, äh... Mich scammt jetzt gar keiner zuvor. Oh! 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 Ja, okay. Hätte gleich wieder zurückgehen sollen eigentlich. Das wäre am besten gewesen. Ich ziehe jetzt mal den Zugangsstein und in der nächsten Folge gehe ich dann mal in die... ... oder? Oh! Oh! Oh Warum ich lachst du... Ohne Witz. Das sind die richtigen Hurensöhne. Ich glaube sie schmelzen dann trauger ohne Witz. Am besten burst ich die einfach down. Damit ich die exekutieren kann. Das sind aber eh Wöwen da. Ohne Witz. Ja, ich bin hier. Junge, ich kann dem halt auch nicht ausweichen. Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht blocken. Ich weiche aus und er trifft mich trotzdem. Also, was ist denn das? Ich hasse diese Gruppe. Nein. Ständig immer die komischen Kacken, die uns gegen die kämpfen muss. Ich kann das nicht blocken. Ich kann das nicht blocken. Ich kann das nicht blocken. Da kommt der andere her. Ich kann das nicht blocken. Das steht nicht blocken. Da kommt die Echos nämlich mit. Die oben war auch immer irgendwo eine Kiste. Ich habe ja doch oben irgendwo eine Kiste gesehen. Oder war das bei dem... Ne, es war bei dem anderen Kampf, ne, in die Rülpen. Egal. Oh, ein Nebel-Eckos. Ah, ein rostiger Splitter. Oh, der Öffnen. Das kann ich gar nicht aufmachen. Das braucht... Ne, das ist recht die Position anscheinend. Ein paar Nebel-Eckos. Ein Nebel-Anker. 5.000 Nebel-Eckos. 6.000 Nebel-Anker. 5.000 Nebel-Eckos. ich will mal wissen was brauche ich dann um die truhe aufmachen 1.000 das kostet mich nicht aufzumachen ich frage der störung nicht bleiben dann aber wahrscheinlich auch zu oder werden auch offen das würde ich mir manchmal auch wünschen so so Das war so ein Trauger. Ah, stürmst du den Sonnen. Ich war einfach in der Legierung. Autsch, sonst habe ich jetzt nicht erwartet, dass er bestreift. Ja, ich muss hier, wenn ich da nach hinten gehen will, muss ich halt A. Ich muss hier echt, ähm, einfach durchrennen, einfach durch, weil die Gegner folgen mir nicht, sobald ich aus der Arena rausgehe, oder die spawnen die dann, ich bin mir nicht sicher. Jetzt mache ich auf jeden Fall die Rüstung. Aber ich kann es wiederholen, mit mehr Mist Echoes, und es hilft, mit den Effekten von Evaldi's Kurs. Unless es etwas von Wert in diesem Workshop gibt, es ist kein Punkt in staying hier. Du hast alle die Chests in der Zentrum, ja? Plus alle die Gäste, die Tucked-Awee, nach dem Back of der Workshop? Und die drei Räume Tehrs, natürlich! Aber du musst dich vorsichtig sein, mit denen. Warum ist das? It's a literal tear in the Fabric of Reality itself. You want to reach your hand through there? Be my guest! Hm, be my guest. What can I do for you two? Die Wald ist rostige Rüstung. Okay, ich habe davon aber sehr viel. Fügt eine kleine Mankonsensiv-Zundheits-Regeneration hinzu. Oh, man, alles richtig. Die Resistenz gegenüber dem verfuchten Nebel von Niflheim. Okay. Habe ich das jetzt ausgerüstet? Ah, mir fehlen die Nebelechos dafür, ne? Kann ich das auch aufrüsten? Dunstgewebe, Nebelechos, okay. 7 plus. Is there more to discuss? Was hätte ich denn da nochmal drin? Fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich da reingetan hatte. Egal, ich mache das schnell aufscreen. Wenn das, schimpchen. 2 bis 11. 9. 11. 14.